und ich bin sehr herzlich willkommen zu den Köln 22 und ja und da in die 10. Wandgeschichte es geht würde ich mal sagen ein Jahr in letzter Zeit sind meine Videos wirklich sehr sehr kurz und es labern nur noch scheißer nicht wichtiger so so am Anfang wirklich am Anfang weil es so toll sei jetzt selber und ja es ist halt es gibt viele Fakten auch so weit und es ist halt zu Weihnachtszeit sehr zu schwierig vielleicht finden die den Leuten auch gefallen die sie noch nicht kennen beziehungsweise irgendetwas anderes und natürlich werden sich ja schon viel gefragt haben warum ich das mache wenn ich sowieso über nichts was ich das das hier sind die Fakten verdammt nochmal die Fakten die liegen auf der Hand und warum ich nichts versiegelt die Fakten machen und um deshalb zu meinen Finger aber und deshalb kann ich entschuldige ich mich und ich habe hätte auf mit dem Adventkalender nein natürlich nicht die Klasse 23 und 24 nicht entgehen dass die die Fakten seitens werden und da die Fakten liegen doch auf dem Tisch und daher da waren wir sind wieder ja bitte bis nächste Mal